Mal schauen, was uns hier erwartet. Ich hoffe, dass wir hier weitermachen können. Weil wie wir jetzt die letzten beiden Mal gesehen haben, wenn man irgendwas auslässt, wird man da sofort wieder zurückgesetzt. Das ist nicht so der Renner. Gehen wir ins Haus rein. Naja, logisch. Das ist, ähm, ja, nee. An einer Wand wohnt hier die Kiste. Axtförbige Verfärbungen. Volle Axtkasten. Axt. Axt. Die Musik ist schon wieder so zwielichtig. Okay, sie liegt oben und wir haben hier schon wieder eine Leiche. In Ordnung. Da oben. Zerstört von innen oder von außen? Übertriebene Gewalt, Verzweiflung oder auch Mut. Kaputte Tür. So, hier haben wir die Axt. Ist da Blut dran? Ich seh's nicht. Kann ich die... So. Ja, scheint Blut dran zu sein. Wir nehmen die mal. Ungestürzter Stifthalter. Verstreutes Schreibzubehör. Etwas hastig genommen. Stift. Bleistift. Linear. Hast du gut beobachtet? Wo ist das denn? Ah, da ist ja noch der Fahrstuhl. Stimmt ja. Schere. Schere, 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 Schere. Okay, achso, dann müssen wir da hin. Ja, ich hab's ja schon gesehen. Komm. Ja, ist gut. Danke. Ja, ich hab's ja schon gesehen. Uch. Axt. Jetzt brauchen wir noch die Schere. Und das Ruppeln, wenn man da aufgehört, fällt mir auf. Jetzt bin ich da draußen. Wir nehmen jetzt ein paar Stuhl. Strom. Riesengebäude. Haben wir eine Abkürzung nach oben? Dann bin ich mal gespannt. Ja, hier haben wir's doch. Okay, man kann hier nicht runterfahren. Ah, hier kann man jetzt nach oben fahren. In Ordnung. Gehen wir wieder zurück. Und ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ich hoffe, es speichert. Hier auch, dass wir da unten nicht hin müssen. Wir untersuchen den jungen Mann hier mal. Opfer in die Engel getrieben. Durch stochener Hals. Keine anderen Wunden. Keine Zeichen eines Kampfes. Und wir haben wieder ein Puzzle. Juhu. Was hat der da? Ah ja, die Schere. Die verschwindet. Komischerweise. Die Schere. 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 Wo ist das letzte? Nein, ich bin doch da. Okay. Komm, hier also raus. Das ist Nummer 1, ist klar. Hier, Nummer 2. Nummer 3. Hier haben wir Nummer 4 und Nummer 5. Ja, wie so alles ist. An accident. Ich wollte ihn nicht verletzen. Wir sind alle so schuldig. Du kennst, seit Ethan gefunden hat. Wo ist Ethan, verdammt? Geh mit mir! Okay, okay! Er will, 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 Look, Travis, einfach... Just, just leave me alone! Oh, God! Oh, God! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes? He chose Mom. He chose me. Son? I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Ah! It didn't have to be this way. You could have helped the sleeper. Helped us. But Mom's right. You're a coward. And you'll be meeting Ethan again soon. I don't want to. 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 M.O.S.A.D. M.O.S.A.D. Hallo. Hallo. Hä? Hvor er det så tit? Gehen wir mal hoch. Ja, wir gehen schon mal vor. Schauen, wie uns das Licht hinfährt. Ja, wir gehen schon mal vor. Ja, wir gehen schon mal vor. Ja, wir gehen schon mal vor.